Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch mal die Chiga Design Z-Series in der neuen Black DLC Version vorstellen. Und zwar handelt es sich hierbei grundsätzlich um eine hochwertige Hommage an die Richard-Mill-Uhren. Die sind ja in letzter Zeit sehr, sehr beliebt. Das sind ja sehr teure, ausgefallene Uhren. Und ja, im Hommage-Bereich gibt es da noch gar nicht so viel. Ich glaube, da ist Chiga Design so ziemlich der einzige Anbieter, der da Uhren in einem ähnlichen Design herstellt. Ja, diese Uhr habe ich vom Alex vom Federhaus zugesendet bekommen. Der hat die Uhr auch schon vorgestellt und hat in einem vorigen Video bei mir mitbekommen, dass ich diese Uhr mir auch gerne mal anschauen würde und ja, hat mir die Uhr zugesendet. Dafür möchte ich mich wirklich sehr, sehr bedanken. Ja, so ist es mir jetzt auch mal möglich, ein Video von der Uhr zu machen. Also würde ich sagen, fangen wir mal an. Ja, hier sehen wir die Verpackung. Hier ist die Uhr drin und hier in dieser schönen Blechbox haben wir ein weiteres Armband. Aber da kommen wir später drauf zu sprechen. Ich würde sagen, wir schauen uns als erstes mal die Uhr an. Ja, das Ganze kommt hier in so einem Booklet, also so einem buchähnlichen Design. Das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Habe ich so noch nicht gesehen. Ist in weiß gehalten. Wir haben hier so ein 3D-Hologramm der Uhr drauf. Sehr schön. Hier können wir schon dieses ganz klassische Richard-Mill-Design erkennen. Hier oben dann so einen verspiegelten Schriftzug. Chica-Design. Alles in allem ein wirklich sehr, sehr edles Design. Äh, ja. Lässt auf einen sehr hochwertigen Inhalt offen, würde ich mal sagen. Genau, dann können wir das Ganze hier einmal so rausziehen. Und dann kommt uns eine weitere Zeichnung der Chica-Design-Uhr hier entgegen. Hier nochmal ein paar chinesische Zeichen. Chica-Design ist grundsätzlich auch ein chinesischer Hersteller und auch chinesische Uhren. Genau, dies ist dann quasi wie so ein Buch gehalten. Das können wir also aufblättern und dann können wir hier auf der ersten Seite direkt schon unsere Uhr sehen. Ja, hier sind dann auch einzelne Auszeichnungen, die Chica-Design erreicht hat. Zum Beispiel ist Chica-Design mit dieser Uhr der Gewinner des German Design Awards 2020. Also, ja, wir haben hier schon ein etwas eigenständiges Design. Das ist nicht ein 1 zu 1 Richard-Mill-Up-Klatsch, sondern wir haben hier wirklich einen eigenen Design-Gedanken. Das finde ich wirklich sehr interessant. Ja, nun klappen wir mal die nächste Seite auf. Und da sehen wir dann schon den kompletten Inhalt der Box. Da haben wir unsere Uhr mit zwei schönen Armbändern. Hier auf der linken Seite haben wir dann nochmal ein paar technische Daten. Da komme ich später drauf zu sprechen. Wie gesagt, hier haben wir jetzt die Version mit den chinesischen Zeichen. Da kann man jetzt nicht wirklich viel entziffern. Ja, ich glaube, das ist so eine der ersten Auslieferungen von dieser neueren Black-DLC-Version. Wenn man die klassische Edelstahl-Variante kauft, würde man hier die Schrift aber ganz klassisch auf Englisch haben. Ich denke, das wird hier wahrscheinlich früher oder später auch noch umgeändert. Ja, hier haben wir die Uhr. Die können wir hier mit diesem Tray so ein bisschen rausnehmen. Und dann können wir hier das schöne Stück direkt bewundern. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt hier die schwarze Version. Es handelt sich hier um ein schwarzes DLC-Coating. Das ist also DLC-beschichteter Edelstahl. Ja, Giga Design nennt es Premium Carbon Coating. Also es soll so ein bisschen so eine Art Carbon darstellen, wenn ich das richtig verstanden habe. Man wirbt damit, dass das as hard as a diamond ist. Also es soll scheinbar sehr hart und kratzresistent sein. Zusätzlich hat man hier so ein Anti-Fingerprint, so eine Anti-Fingerprint-Oberfläche aufgebracht. Ich habe jetzt hier für den Schaueffekt nochmal einmal die Schutzfolien aufgezogen. Die können wir jetzt einfach nochmal abmachen. Und dann können wir die Uhr in ihrer vollen Pracht bewundern. Also wie erwähnt ist das ja eine Hommage an die Richard-Mill-Uhren. Die Richard-Mill-Uhren sind ja für ihr modernes, offen gearbeitetes Gehäuse mit Sicht auf die Mechanik bekannt. Also es sind klassische Skelett-Uhren, immer in so einem leicht viereckigen Design. Und das haben wir hier auch ganz klar, dieses Design. Die Richard-Mill-Uhren haben meistens ein paar mehr Schrauben als diese Chica-Design-Uhr. Aber grundsätzlich hat man ein sehr ähnliches Design. Also man hat auch diese viereckige Form mit diesen leicht abgerundeten Ecken links und rechts. Die Richard-Mill-Uhren sind ja für Otto-Normalverbraucher ja beinahe unerschwinglich. Die fangen ja so bei 100.000 Euro an und gehen aber auch auf weit über 250.000 Euro. Also ja, viel zu viel Geld für eine Uhr. Die Chica-Design kostet in der normalen Edelstahl-Variante auf Amazon, ich glaube 190 bis 200 Euro. Link ist natürlich unten in der Beschreibung. Diese schwarze Variante mit diesem Carbon-DLC-Coating gibt es, soweit ich weiß, bisher nur bei Chica-Design UK. Das ist der englische Chica-Design-Store. Die verschicken aber auch nach Deutschland. Der Link dazu ist auch unten in der Beschreibung. Ja, auf die Uhr komme ich gleich weiter zu sprechen. Dann gucken wir uns nochmal den restlichen Inhalt an. Neben der Uhr haben wir hier zwei Bänder. Zum einen haben wir hier ein Kautschuk-Band. Mit so einer schwarzen, ja was ist das, so eine Hexagon-Optik würde ich sagen. Sieht, wie ich finde, sehr ordentlich aus. Ist auch mein Favorit. Ich finde, an diesem Band sieht die Uhr am schönsten aus. Ja, sehr weich. Sehr angenehm, wirklich sehr angenehm zu tragen. Und ist mit diesem Hexagon-Schliff auf jeden Fall ein echter Hingucker. Dann haben wir zusätzlich noch ein Lederarmband. Ja, das klassische Krokodillederarmband. Hier ist auch vermerkt, dass es echt Leder ist. Ist auch direkt von Chica-Design. Ja, macht jetzt erstmal keinen schlechten Eindruck. Ist vielleicht so ein bisschen steif. Aber oft gibt sich das ja so ein bisschen mit der Zeit nach dem Tragen. Auch hier haben wir den Schnellverschluss. Also wir können die Armbänder einfach und schnell tauschen. Das ist gar kein Problem. Ja, aber ich persönlich finde, die Uhr macht sich am klassischen Kautschukband einfach etwas besser. Ja, wir haben hier passend zum Gehäuse auch so ein DLC-Carbon-beschichtete Schließe. Hier ist auch nochmal, wenn man das Kamera fokussiert, hier ist auch nochmal Chica-Design eingeprägt. Also auf jeden Fall recht hochwertig gehalten. Ja, und dann habe ich ja gesagt, dass ich hier noch diese zusätzliche Blechkiste habe. Und hier haben wir dann ein weiteres Band drin. Wenn ihr die Uhr aktuell bei dem UK Chica-Stock bestellt, bekommt man dieses Band als Zugabe wohl dazu. Ja, hier haben wir dann ein rotes Kautschukband. Das ist ähnlich wie dieses schwarze von der Qualität und von der Aufmachung. Allerdings haben wir hier kein Hexagon-Design, sondern so ein kleines Artwork, würde ich mal sagen. Hier haben wir die verschiedenen Währungssymbole drauf. Also mich persönlich hat dieses Design direkt so ein bisschen an Alec Monopoly erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr den Künstler kennt. Ja, das ist so ein bisschen das, wo mich dieses Design so direkt daran erinnert hat. Auf der Innenseite haben wir hier so eine genobbte Fläche. Das fühlt sich an der Haut irgendwie ganz cool an. Und auf dem anderen Teil des Bandes ist hier einfach 2020 eingraviert. Also es ist so ein Limited Edition Band. Ich denke mal, das wird es jetzt auch nur für begrenzte Zeit geben. Ja, ich persönlich bin von dem roten Band nicht so ein Riesenfan. Also für mich ist einfach ein bisschen viel los. Also ich finde, das ist einfach sehr viel auf dem Band drauf. Da gefällt mir diese schlichte Hexagon-Optik des schwarzen Bandes einfach besser. Aber nichtsdestotrotz finde ich, dass das Rot im Kontrast zu dem schwarzen Gehäuse der Uhr einfach sehr, 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 sehr schön wirkt. Im weiteren Verlauf brauche ich die Uhr natürlich gleich auch nochmal an alle Bänder dran. Dann können wir uns das nochmal genauer anschauen. Achso, ein kleiner Nachteil von diesem roten Band ist hier, dass wir die Edelstahlschließe haben. Auch hier ist natürlich Chiga-Design eingeprägt. Aber das ist natürlich so ein bisschen blöd zu dem schwarzen Gehäuse. Aber der Alex vom Federhaus hat in seinem Video gezeigt, dass man diese Schließen hier auch einfach umbauen kann. Das heißt, man kann dieses rote Band nehmen und hier die schwarze Schließe dran bauen. Das würde ohne Probleme funktionieren und passt dann natürlich optisch auf jeden Fall etwas besser. Ja, ich würde sagen, dann kommen wir nochmal so ein bisschen zu den grundsätzlichen Abmessungen. Also wir haben hier so eine Lack-to-Lack-Länge von 48 mm. Das ist gar nicht mal so viel. Die klassische Rolex Submariner, also die neuere Version mit der Keramik-Lunitte, hat eine Lack-to-Lack-Länge von 50,4 mm. Ist also sogar ein Stück größer. Und das war nämlich so eine Angst, die ich im Vorhinein hatte. Ich habe nämlich gedacht, dass diese Uhr für mein dünnes Handgelenk einfach viel zu groß und zu wuchtig ist. Aber ich muss sagen, ja, das täuscht einfach. Auf Bildern wirkt die Uhr viel größer, als sie in echt meiner Meinung nach ist. Wir haben hier eine Breite von 40,8 mm. Damit haben wir eigentlich ja auch ungefähr eine Breite wie bei einer Submariner. Gar nicht mal so übertrieben groß. Und eine Höhe von 12,3 mm. Auch das geht vollkommen in Ordnung. Vielleicht wäre es so eine Idee, dass man die Uhr nur mit Handaufzug anbieten würde. Dann könnte man noch den Rotor hinten, diesen Bereich verkleinern. Und ja, die Uhr wäre nochmal flacher. Aber ich finde, 12,3 mm ist auch gar nicht so verkehrt. Und passt natürlich zu dem klassischen Richard-Mill-Design. Die Uhren haben ja ähnliche Abmessungen. Ja, wir haben ein Gewicht von 90 oder 84 Gramm, laut Shiga-Design-Webseite. Kommt aufs Band an. Ich glaube, das Lederband ist etwas leichter als die Kautschukbänder. Ja, aber grundsätzlich ist das nicht sehr schwer für so eine Uhr. Ich denke, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Die Kautschukbänder und auch das Lederband sind am Anschluss 22 mm breit. Das Kautschukband läuft nach innen auch nicht zusammen. Das Lederband verschmalert sich allerdings auf 20 mm. Ja, dann nochmal so zur allgemeinen Ausstattung der Shiga-Design-Uhr. Wir haben hier ein gewölbtes Saphir-Glas und damit also auch ziemlich kratzresistent. Und dann, wie gesagt, haben wir hier Edelstahl, der DLC-beschichtet ist mit diesem Premium-Carbon-Coating und einer Anti-Fingerprint-Beschichtung. Ja, bisher muss ich auch sagen, man sieht hier tatsächlich keine Fingerabdrücke drauf und mir gefällt das einfach sehr, sehr gut. Also ich finde, diese schwarze Carbon-ähnliche Optik macht auf jeden Fall einiges her. Dann haben wir hier verschiedene Design-Elemente. Hier haben wir in Shiga-Design-Schriftzug eingefräst und dann auch so zusätzliche Linien. Hier so ein mattiertes Design. Hier so ein etwas stärker glänzendes Design. Hier oben so eine anpolierte Kante. Ja, das Ganze spielt sehr schön in der Sonne und lässt die Uhr aus jedem Blickwinkel wirklich sehr interessant und edel wirken. Dann haben wir hier so schöne Schrauben. Die passen zu den Schrauben hier oben drauf und natürlich auch zu den silbernen Zeigern der Uhr. Ein Detail, was mir persönlich sehr gut gefällt, ist hier dieser Tunnel, dieser Übergang zur Krone ist hier in diesem Rot gehalten. Und dieser Rotom findet sich im Sekundenzeiger und vorne an den Minuten- und Stundenzeigern wieder. Das finde ich, ja, ist ein sehr schönes Design. Dann haben wir grundsätzlich das Werk auch in Schwarz gehalten. Zum Beispiel auch der Rotor hier hinten ist mit diesem Carbon-Coating überzogen. Wenn ihr die Edelstahl-Variante kauft, dann ist das Ganze Silber gehalten. Aber ich finde das in Schwarz auch wirklich sehr schön. Dann haben wir hier noch so ein paar goldene Elemente. Ja, das ist wirklich schön gehalten. Ich finde, es sind nicht zu viele Farben im Spiel, aber ja, dennoch irgendwie so ein bisschen aufregend, das Design. Also mir gefällt es wirklich sehr gut. Ich weiß, dass dieses, generell dieses Richard-Mill-Design, ja, entweder man liebt es oder man hasst es, glaube ich. Aber mir gefällt das wirklich sehr, sehr gut. Ich mag das wirklich sehr, sehr gerne. Ja, ich würde sagen, dann kommen wir hier mal zum verbauten Werk der Uhr. Wir haben ja ein chinesisches Siegel ST2553JK Automatikwerk. Das ist ein Werk, was man in vielen gängigen chinesischen Uhren bekommt. Das, ja, zeichnet sich durch eine gute Zuverlässigkeit aus. Also man hört da jetzt nichts Schlechtes zu. Hat ganz gute Gangwerte, wobei die natürlich nicht perfekt sind. Man wirbt auf der Chiga-Design-Webseite mit einer maximalen Abweichung von minus 15 Sekunden bis plus 30 Sekunden am Tag. Also da gibt es natürlich Besseres, aber mich persönlich stört das jetzt nicht. Ich habe die Uhr jetzt auch noch selber nicht gemessen, aber auf den ersten Blick scheint sie recht genau zu gehen. Ja, hier sehen wir dann schon, dass das Ganze auch wasserresistent bis 3 Bar ist. Das ist nicht viel, das sind ungerechnet, ja, etwas über 20 Meter. Damit ist die Uhr vielleicht spritzwassergeschützt, aber ich würde sie nicht wirklich im Wasser anziehen. Wir haben zusätzlich auch keine verschraubte Krone, ne. Die Krone ist einfach direkt drehbar, also, ja, keine Taucheruhr. Aber das sind die originalen Richard-Mill-Uhren auch nicht. Was vielleicht negativ auffällt, ist, dass wir hier keine Leuchtmasse haben, ne. Also die Indizes müssen ohne Leuchtmasse auskommen. Ja, das ist in der Nacht vielleicht so ein bisschen nervig. Und ein weiterer Kritikpunkt, der mir jetzt so ein bisschen aufgefallen ist, Ich finde, dass die Uhr relativ laut ist, ne. Auch hier im Automatikmodus, ich weiß nicht, ob man es hört, man kann diesen Rotor ganz leicht hören. Das ist nicht wirklich laut und nicht wirklich störend, aber das ist jetzt sowas, was mir so ein bisschen aufgefallen wäre. Ja, ich würde sagen, jetzt baue ich hier mal die einzelnen Armbänder an und dann schauen wir uns gleich mal an, wie die Uhr am Handgelenk aussieht. Wie gesagt, haben wir hier ja diesen Schnellverschluss, das macht das Ganze wirklich einfach. Dadurch können wir schnell, je nach Tagesstimmung, das Armband wechseln, ne. Schon haben wir es hier eingehakt. Wenn ihr die Edelstahl-Variante auf Amazon kauft, gibt es da auch drei verschiedene Ausführungen. Es gibt die Uhr einmal mit schwarzem Kautschukband, mit einem roten Kautschukband. Das ist aber dann schlichteres, das ist nicht diese 2020 Edition. Und mit einem blauen Kautschukband. Ja, hier haben wir jetzt einmal die schwarze Variante. Hier steht dann im Übrigen nochmal Chiga-Design auf dem Band. Also wie gesagt, dieses schwarze Band ist mein Favorit. Ich finde, das passt zur Uhr wirklich am besten. Und ja, ihr könnt sehen, trotz meines sehr dünnen Handgelenks, ich finde die Uhr trägt sich sehr, sehr angenehm. Also wie gesagt, sie ist ja mit ihren ungefähr 90 Gramm nicht unbedingt sehr schwer und auch gar nicht mal so groß, wie man denkt. Und gerade in Kombination mit diesen Kautschuk-Armbändern ist die Uhr einfach extrem komfortabel. Ja, dann haben wir hier dieses typische Koko-Armband. Wie gesagt, das ist jetzt im ersten Moment noch etwas steif, aber meiner Erfahrung nach gibt sich das. Auch das sieht an der Uhr recht schick aus. Ich finde, das kann man so machen. Dadurch wirkt die Uhr vielleicht ein bisschen schicker. Mit den Kautschuk-Armbändern ist es ja eher eine sportlichere Optik. Ja, kann man so auf jeden Fall gut tragen. Aber ich persönlich finde, die Uhr ist eigentlich eher eine sportliche Uhr und passt meiner Meinung nach einfach besser an die sehr schönen Kautschuk-Armbänder. Ja, das wäre dann also einmal das rote Band. Und ich finde, vom Kontrast her ist das eigentlich mein absoluter Favorit. Also wie gesagt, ich finde von der Ausarbeitung das schwarze Band schöner mit diesem Hexagon-Design. Aber farblich passt das Rot sehr gut zur Uhr. Aber wie gesagt, haben wir ja hier an den Zeigern rote Akzente und auch in diesem Bereich hier zwischen der Krone. Das kann man hier auf der Kamera wahrscheinlich gar nicht so gut sehen. Aber das sind so ein paar Details, wo sich dieses Rot immer wieder findet. Und ja, deswegen finde ich, dass dieses rote Band einfach zu der Uhr sehr, sehr gut passt. Ja, hier dann nochmal einmal das rote Band am Handgelenk. Mit dem roten Band fällt man natürlich am meisten auf. Aber gut, diese Uhren sind ja auch zum Auffallen gebaut. Also das sind ja keine Understatement-Uhren. Ganz klar sind das ja sehr auffällige Uhren mit einem sehr besonderen Design. Und ich finde, dazu passt dieses Rot einfach sehr gut. Hier wie gesagt, dieses Alec-Monopoly-Design so ein bisschen mit den einzelnen Symbolen da drauf. Also wirklich, ja, da ist wirklich sehr viel los auf dem Band. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Und ja, ich denke, die Uhr ist einfach sehr, sehr schön. Also ich bin wirklich ein Riesen-Fan. Ich habe mich wirklich in das Design dieser Chiga-Design-Uhren total verliebt. Ich finde, die sind einfach super interessant. Könnte ich mir stundenlang einfach ansehen. Und das ist halt genau das, was eine Uhr im Endeffekt auslösen muss. Ja, schreibt eure Meinung zu diesen Uhren gerne mal in die Kommentare. Ja, was haltet ihr davon? Würdet ihr so eine Uhr auch tragen? Vielleicht habt ihr schon so eine Chiga-Design? Ja, würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren. Ich springe jetzt gleich nochmal einmal in den Garten und zeige euch die Uhr im Tageslicht. Ich finde, das ist immer noch so ein ganz interessantes Detail. Hier drin in der Stube sieht das ja alles nochmal ein bisschen anders aus als draußen. Ja, da würde ich euch jetzt auch nochmal einmal kurz mitnehmen. Aber ich verabschiede mich jetzt schon mal. Und ja, bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wenn euch die Uhren-Videos gefallen, dann abonniert sehr gerne meinen Kanal. Ich freue mich und ja, in dem Sinne bis zum nächsten Video hier auf meinem Kanal und ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.